Jo Leute, es werden wieder Mütter gefickt und die Töchter natürlich auch. Und damit herzlich willkommen zu Part 3 von Spastengames und natürlich mit niemand geringeren als Movis. Du hast was vergessen. Als dem Königlichen Movis, ja. Tut mir leid. Ja, wir spielen wie immer auf dem Mineplex-Server. Gehen wir nicht da. Lauf da mal irgendwo hin. Ja, wir spielen wie immer auf dem Mineplex-Server. Und ja, mal schauen, was wir so reisen werden. Ja. Okay, hier haben wir gleich mal ein kleines Lebensnetz gefunden. Genau. Da können wir ein bisschen spazisch spielen. Da können wir uns mal ein bisschen entspannen und ein paar Zärtlichkeiten miteinander austauschen. Genau. Ja. 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 Räumen sie mal leer. Ja. Ich habe einen Fußpanzer für dich, wenn du machst. Okay, läuft. Bist du diese Treppe draufgegangen? Wie bitte? Ja. Hast du diese, okay. Ich habe auch... Hast du ein Lederhanisch? Äh, nein, Eisen. Ich habe, äh, also ich habe Eisen, aber ich kann dir ein Gold geben. Okay, pass. Ja, gib mir bitte Gold. Und dein Schwert habe ich auch für dich. Ja, okay, läuft. Ja, ich bin oben, SD. Ja, ich bin hier. Ja, da bist du. Danke. Okay. Jawohl. Jawohl, ne? Workbench. Habe ich mich geirrt oder war da drüben? Ja, irgendwo habe ich eine gesehen. Ja, Maurice. Das fällt dir in deinem Pizza an, den du unseren Zuschauern erzählen könntest. Hm. Okay, also. Also, Mini. Gehen zwei alte, zerbrechliche Damen angeln. Okay. Alles Wichtigste habe ich vergessen, sie gehen nackt angeln, okay? Uh. Ja, nackt. Ich bin jetzt richtig mit ihren spitzen Schwabbeltitten. Und so. Wo bist du hinkran? Hinter dir. So, so. Okay, okay. Ich warte, wir müssen irgendwo anders hinlaufen. Komm, laufen wir nach. Also. Wo bin ich stehen geblieben? Nein, da oben ist einer, da oben ist einer. Kill ihn, kill ihn. Bei mir legts. Oh, holla. Fonsalat schrumpfter Bizeps. So. Also. Wo bin ich stehen geblieben? Ah ja, genau. Alte, schrumpelige Damen mit Schwabbeln. Also gehen zwei alte, schrumpelige Damen mit ihren schwabbeligen Hängetitten und schwabbeligen Arsch angeln. Angeln. Nackt angeln. Weiß das noch nicht gesagt habe. Da unten noch ganz. Ganz nackt. Wo? Ich glaube, da auch habe ich einen gesehen. Da, da. Zuge. Tam, 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 tam. Mein Kiel. Juuu. Gewarte, ich habe, ich habe sehr viele Sachen für dich. Bleib stehen, wo bist du? Hinter dir. Gehen dann da, da. Achso, das brauchst du ja nicht. Ähm, was seht ihr noch? Helm. Okay. Fehlt dir noch was? Nö. Außer du hast irgendwie Kettenhose oder so. Ketten. Ich habe nur Kettenboostpanzer und zwei Gold. Ja, passt schon, passt schon. Oh, warte. Ich muss jetzt nur, ich habe fast kein Leben mehr. So. Ich glaube, da hinten ist ein Zaubertisch. Aber die ist ein Steinschwert läuft. Okay, dann will ich sagen. Das ist eine Bogen. Ah, ja, ich habe sie bei einem Bogen. Will ich mal sagen, geht es mit dem Wild auch schon weiter. Ja, sorry, dass wir immer ein bisschen kurz unterbrechen, aber wir spielen hier natürlich live. Genau, wir müssen uns ein bisschen konzentrieren, dass unser Skill nicht zu weit ausartet und die ganze Lobby nicht zusammenbricht. So. Also, wo bin ich AT&T. Wie kann man eigentlich TNT zünden? Ich glaube, du brauchst irgendwie einen Feuerstern oder so, bei dem Server. Schau mal, hier liegen ur viele Sachen, vielleicht brauchst du da was drinnen. Eine Angelkammer nicht mehr gebrochen. So. Also, meine Leute. Gehen zwei nackte, alte, zerbrechliche, schwabbelige Damen mit spitzen und schwabbeligen Hängetitten und einem schwabbeligen Arsch an nackt angeln. Okay. Sagt die eine zur anderen Dame, Huch, jetzt ist mir einer durch die Lappen gegangen. Blut. Badumz. Das war sehr witzig, oder? Bist du das? Nein. Hast du deinen Skin geändert? Das hat nur so ausgesehen, wenn man deinen Mund nicht gesehen hat und deine Augen auch nicht. Naja. So. Würde ich mal sagen, wir springen da runter. Dort habe ich nämlich eine Kiste gesichtet, die mir sieht noch keiner geöffnet hat. Wenn dir jemand geöffnet hat. Wenn dir jemand geöffnet hat. Lederharnisch. Dann fick ich seine Mutter. Aber Glück gehabt. So. Mini, weißt du vielleicht deine Witze nur uns erzählen könntest? Ähm. Nein, gerade nicht. Ich bin nicht der Witze erzähler. Ist gerade noch ein Witze eingefallen. Okay, okay. Dann frag mal was. Du kennst ihn schon. Also. Falls ein Asiate unter euch, weil der gerade zusieht. Ich habe nichts gegen Asiaten. Und ich mag auch Hunde. Okay. Also. Leute. Ein altes chinesisches Sprichwort besagt. Wenn der Hund noch bellt, ist er noch nicht ganz durch. Also. Aber ich finde. Ich finde könnte nicht irgendwie so. Hunde die bellen sind noch nicht ganz durch. Weil das würde mehr Sinn machen. Weil es gibt ja das Sprichwort Hunde die bellen beißen nicht. Würde es nicht so mehr Sinn machen. So kann man es auch erzählen. Wie man will. Wie man prokaut drauf, oder? Genau. Ja und wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns natürlich auch mal in die Kommentare schreiben. Wie euch Spasten Games gefällt. Genau. Ob es zu Spasten mäßig für euch ist. Und wir. Warte. Brauchst du noch irgendwas von Ausrüstung? Nein. Eigentlich nicht. Okay. Ja. Wenn ihr keine Hurensohne seid, dann könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr Spasten Games so findet. Und wenn es schlechte Kommentare sind, werden wir euch einfach mal besuchen und eure Mütter ficken. So einfach ist das. Ja. So einfach ist das. Ja. So. Klärt man das hier drauf. Wenn man doch mal eine Workbench sucht und hier zehn Stück auf einem Haufen sind. Das ist doch richtig gräutig. Mhm. Wo bist du? Ich bin noch gerade bei den Workbench. Aha. Okay. Okay. Aber ich werde die jetzt wieder nachlaufen. Ja. Und was ihr natürlich noch gerne machen könnt. Sollt. Was uns sehr freuen würde. Da drüben ist einer. 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 weg 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 weg. Oppala Mini. Haa hain hain. Ja. Das ist ein 3 Team. Laugh. 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 Ah scheiße der. Der kann gut Pogenschießen. Aber jeder weiß. Vom Salat zu. Ah scheiße. Ah das bist du. Oh schrThatl. Laugh weg. Laugh weg. Soll ich dich bisschen boosten? Na verpisschen wir uns. Sehr einfach. ich glaube ich sterbe gleich, weil ich habe nur noch zwei Herzen ich glaube das war es mit deinem jungen Delfinenleben nein Miniiiihihi und da kommt auch schon der Schneesturm Miniii komm zu mir also ich glaube musst du am Spawn rauflaufen und der ist auch noch der kleine Alter ich hätte die locker genommen, da wäre nicht der andere Hose auch noch gekommen naja der ist genau hinter dir ich kann jetzt leider auch nichts wesseres machen wie frei kann man sein und Teil ziehen machen aber was ich sagen wollte vorhin eben ihr könnt uns natürlich auch gerne Themen in die Kommentare schreiben über die wir reden sollen ja aber wir wissen leider nicht woraus wir reden sollen weil wir haben keine Fans die uns irgendwas in die Kommentare schreiben ich schreibe deathmatch also DM pass auf, pass auf Schneesturm hinter dir Schneesturm ich lasse dich lieber vom Schneesturm killen als von irgendeiner ja da werde ich eh fix verlieren weil gegen drei Leute habe ich keine Chance wenn du das schaffst Miniii ja nein das schaffe ich sicher nicht wenn wir zu dritt auf mich losgehen die haben Eisenschwert und so die haben Eisenschwert und so habe ich da keine guten Chancen ja dann würde ich sagen opfert dich lieber dem Schneesturm nein ich werde es zumindest vielleicht kann ich ja eine killen ok und in sein wertloses Drecksleben nehmen das sind alle drei ich glaube an dich ich glaube an dich sie schauen mich alle an sie verhindert dich die sind alle auf dich hinlaufen ja versteck dich da und kill den einen egal ich glaube an ich wir lassen auch die Radcassion an mir aus nur weil sie HIV haben ja das sind HIV positive nemm ja, Menü naja, fast hätte ich allen drei gegeben, aber ja, das hast du einige gegeben naja dann würde ich sagen, das war es mal für die Folge wir können natürlich auch nicht immer gewinnen, weil wenn Will jetzt ist genau ich meine, wir gewinnen eh so oft da können wir nichts machen da müssen wir die anderen Spast und Hose noch mal gewinnen lassen also falls ihr drei Huren so einem gerade das Video anschaut, gegen die, wie die gerade gekämpft haben schickt mir eure Mutter schon mal einen schönen Gruß aus ja, schickt mir eure Mutter einen schönen Gruß aus und schickt mir eure Adresse dass ich euch richtig in den Arsch wicken darf und kann nicht darf, kann das war es dann für die Folge bis zum nächsten Mal eure zwei Spast und ciao hatte ciao